Nur ungern schreitet SPD-Politiker Kevin Kühnert Hand in Hand mit seinem Partner durch die Straßen Berlins. Der Grund Homophobie sei immer noch weit verbreitet. Das zeige sich auch deutlich in Statistiken. Über seine Sorge vor gewalttätigen Übergriffen wegen seiner Homosexualität berichtet Kühnert im Welt-TV-Politiker-Grillen. Der SPD-Politiker hält seinen Partner bewusst aus der Öffentlichkeit fern und möchte nicht, dass gemeinsame Fotos veröffentlicht werden. Dass es die Gewalt gibt, ist leider an Statistiken zu sehen. Es ist auch zuletzt gestiegen. Auch die Sensibilität ist gestiegen. Es wird häufiger angezeigt. Und ich wollte damit keine Vorgabe machen. Ich glaube, man kann in vielen deutschen Innenstädten problemlos auch als homosexuelles Paar Hand in Hand laufen. Aber ich habe dabei immer ein gewisses Restempfinden noch gehabt. Vielleicht reicht das auch für Menschen, die selber nicht homosexuell sind, einfach als Hinweis, dass die Normalität, die sich so viele wünschen im Umgang, die ist noch nicht da. Denn wir selber haben immer noch diesen Hintergedanken, uns lieber zweimal umzugucken, lieber die Situation noch mal zu checken. Auch das ist Strukturmerkmal einer Gesellschaft, in der Homophobie Wirklichkeit ist. Strukturmerkmal einer Gesellschaft, in der Homophobie Wirklichkeit ist. Strukturmerkmal einer Gesellschaft, in der Homophobie Wirklichkeit ist. Untertitelung des ZDF, 2020